hallo zusammen und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge minecraft auf dem hermitcraft server ich musste nach den letzten drei aufnahmen ein bisschen was verändern denn ich habe nach gesehen dass nach dem hochladen die aufnahmen so leicht kriselig sondern so leicht blass gewesen sind das lag an den obs einstellungen denn ich hatte noch die stream einstellung drin gehabt und da ist der farbraum halt nicht so hoch deswegen habe ich jetzt erst mal wieder auf rgb umgestellt des weiteren habe ich meine soundkarte angeschlossen endlich nun mal und hoffe dass ich ja nicht mehr so viel kabel krimskrams und besseren sound oder besser tonqualität heraus bekomme erste tests waren relativ gleichbleibend also ich hätte mir das vielleicht ein bisschen besser vorgestellt gerade was die aufnahme angeht für die für die für die voice also für die sprachaufzeichnung so ich habe vorhin bevor ich losgelegt habe bin ich noch mal ein bisschen sand schaukeln gegangen denn ich habe ja gesagt dass ich das im off mache ich wollte es eigentlich im zeitrafe aufnehmen habe ich aber vergessen oder zumindest nicht daran gedacht ich habe jetzt auch nicht allzu viel sand geholt denn wir wollten ja nur so viel haben zwar hier diese fenster zu machen können die hier unten auch und das werde ich jetzt einfach mal tun dazu müssen aber dass den sand erst mal noch brennen und die habe ich nämlich hier habe ich schon reingeholt wie gesagt ich habe jetzt nicht viel geholt das waren ja das sind glaube ich genau fünf stecks plus 20 stück sieht man nehmen mal zwei stecks raus und da wir keine kohle benötigen ich gucke mal ob ich das hier so reinpacken kann das funktioniert so nicht ich habe eigentlich gehofft dass ich hier vielleicht auch glas brennen doch das funktioniert das funktioniert ok wie viel energie nimmt er denn eigentlich jetzt hier raus hier guck mal habe ich gar keine keine capacitors drin habe ich hier schon irgendwo da ist einer drin aber hier noch nicht müsste ich vielleicht auch mal noch solche capacitors bauen dass die halt quasi der energiehaushalt schneller also der energiehaushalt besser ist und halt quasi die geschwindigkeit natürlich auch schneller so hier sortiert ja auch schon was ein neun stück hat er gebrannt 369 das geht aber relativ fix 369 zack oder 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 ach nee warte mal hier oben ah hier oben so jetzt müssen wir mal schauen habe ich hier eine ich habe hier noch keine crafting table ich habe hier noch keine crafting table ach mensch ich habe was vergessen pass auf ich habe nämlich wieder ein bisschen musik mitgebracht so und zwar ist das aus dem spiel virus named tom ein nettes kleines logik kniffespiel ein indie game ein indie titel und ich dachte mir warum soll man das nicht auch einfach mal scheiben so war das hier genau mal gucken ja perfekt 49 scheiben guck mal das sollte vielleicht schon mal sogar schon mal reichen denn ich habe mir gedacht wie gesagt warum sollte man das nicht einfach auch mal als musik background hinterlegung für minecraft nutzen hat ja auch so ein bisschen in die games teil sozusagen auch wenn minecraft halt schon so populär ist sehe ich es halt immer noch als in die titel so hier wird auch mal ein bisschen glas reingeballert hier so zack 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 äh dunkel genug zum schlafen jawohl ähm schade ne ich wollte das einhorn hier drauf stellen wer es noch nicht gesehen hat dieses warte mal ich guck mal hier kamera da kamera da dieses einhorn aus äh ja diesen bügelperlen wunderbar um sachen pixelartig darzustellen hatte ich jetzt im letzten video glaube ich schon mal gezeigt mhm so ok gut wie gesagt also ich finde ich finde dass das glas ein bisschen besser sein sollte dass das glas nicht so durchsichtig ähm sondern ein bisschen bläulich dass das halt so dass man sieht dass da eine glasscheibe ist ne weil das sieht man nicht das ist mir zu das ist mir zu durchsichtig das ist mir wirklich zu durchsichtig ein bisschen ähm ich habe mich immer noch nicht entschieden ob ich den turm ob ich den turm hier reinbaue oder nicht also noch einen zweiten turm ähm aber ich glaube ich werde wohl erstmal erstmal den turm fertig bauen und äh hier erstmal das so lassen hier werde ich erstmal das glas reinnehmen wobei vielleicht sollte ich ist das zu groß sind die fensterscheiben zu groß ähm ich weiß es nicht man kann es ja später vielleicht noch mal ändern mhm in den turm wollte ich als äh keine glasscheiben reinmachen da werde ich Zaunstücke reinmachen damit das äh so eine art äh holzgitter ist okay die musik oder mal drei sechs werden wir sehen vielleicht 20 minuten ich weiß auch gar nicht wie lange ich jetzt die folgen machen werde denn ähm allzu lange möchte ich die jetzt eigentlich auch nicht mehr machen weil ich habe halt auch äh festgestellt oder ich selbst aber warte mal ich muss mal kurz hier den nächsten titel machen ich habe nämlich hier noch auto wiederholung drin so gut äh genug rumgealbert die glasscheiben da oben lasse ich erstmal noch draußen brauche ich jetzt nicht Entschuldigung es ist äh um 23 Uhr ich nehme auf ich wollte eigentlich viel früher anfangen mit aufnehmen hat aber etwas äh hat sich 3-4 hier hat sich aber alles etwas verzögert ähm ausgründen gut 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 wir machen mal folgendes wir werden uns den Turm vornehmen denn ich habe ja gesagt ich werde auf jeden Fall noch mal eine Etage drauf machen so nochmal hochkackseln hier auf den Turm so viele Treppenstufen so viele Treppenstufen so jetzt zwei zack 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 und das und da und dort zack zack Es ist sehr spannend, auf jeden Fall. Ich bin aber froh, dass wir wieder ein kleines Projekt haben, was wir machen können. Weil das hatten wir in den letzten Folgen nicht wirklich. Wir hatten zwar das Let's Play Together mit dem Rui zusammen, was halt auch immer sehr spannend gewesen ist. Aber da hatten wir halt keine Projekte, die wir gebaut haben. Wir haben ja eigentlich eher die Landschaft erkundet und haben uns Dorfbewohner vorgeknöpft, die uns, sag ich mal, betrogen haben. Naja, so schlimm war es jetzt auch nicht, aber es war schon sehr, sehr spannend. Naja, so spannend auch nicht, aber egal. Treppe machen wir gleich mal weiter. Das ist ein gutes Layout auf jeden Fall, um vorwärts zu kommen. Jetzt muss ich aber runter, ich brauche einen neuen Couplestone. Oder habe ich was im Rucksack? Es gibt ja diese Rucksack-App. Ah, mich juckt die Nase, ich weiß nicht warum. Nee, ich habe keinen Couplestone drin. Da kriegt man ja einen Drehwurm. Warte mal, ich mache mal hier eine Abkürzung, ey. Zack. Das muss ich auf jeden Fall mal noch ändern. Beziehungsweise vielleicht noch, vielleicht mal schauen, dass ich irgendwie noch einen separaten Zugang mache. Einen zweiten oder so. Weil hier, wir müssten ja quasi mal hier hin. Dann die Haupttreppe hoch, hier lang. Und dann quasi hier hoch. So, okay, äh, la, 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 la. Da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Vielleicht irgendwie eine Leiter oder was anderes, was, 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 was Edles, was, was Nettes. Da fällt uns sicher noch was ein. Ich denke mal, wir haben ja genug Zeit. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal nur ein paar Minecraft Let's Plays wieder machen, weil ich halt Lust habe, Minecraft zu spielen. Und ich würde das gerne mit euch teilen. Und daher werde ich... Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist das ein durchgehender Block gewesen? Ja, ich glaube. Deswegen, ich werde jetzt wahrscheinlich auch keine anderen Sachen erstmal groß zocken, weil ich halt auch nicht wirklich groß Zeit habe. Denn ich habe in der Vergangenheit gesehen oder gemerkt, dass es halt wirklich sehr, sehr zeitintensiv ist. Und es hat sich halt wirklich viel nur darum gedreht, quasi nach Hause zu kommen nach der Arbeit, sich an den Rechner zu setzen und die nächsten Folgen für irgendwas aufzunehmen. Das hat mir zwar viel Spaß gemacht, aber das, ja, das ganze Drumherum, das Privatleben und so weiter, hat dann schon ein bisschen... Ein bisschen... Nein! Oh! Huh! Schwein gehabt! Hätte auch böse ausgehen können, wenn wir schon noch eine Etage oben weiter gehabt hätten. Ja, was essen wir uns wieder? Ja, wie gesagt, hat halt die... Das Privatleben leitet halt drunter. Man hat halt nicht mehr so viel Zeit für andere, für Freunde und so weiter. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr viel zockt und so. Ähm, wem erzähle ich das? Oh, mir juckt die Nase. Was ist denn hier nur los? Ich glaube, es gibt Geld. Wobei... Na, Geld gibt es noch nicht. Für die einen gab es schon Geld. Äh, Monatsanfang. Für mich ist quasi erst mal Monatsende. Ich kriege nämlich immer erst am 15. Also Mitte des Monats Kohlenradatten. Ähm, das ist bei meinem Arbeitgeber leider so. Oder was heißt leider? Man gewöhnt sich ja dran. Also man kennt es dann halt auch nicht anders und ist es dann halt auch gewohnt. So, wir treiben mal die Treppe weiter voran. Ich denke mal, das ist wirklich eine ziemlich gute Möglichkeit, die Treppe zu bauen. So wie wir das jetzt hier machen. Und ich glaube dann, dass wir von der... Ähm, warte mal. Ich glaube, jetzt haben wir eins... Eins verpasst. Äh... Von der Höhe dann wahrscheinlich recht gut aufgestellt sind. Ach, Manu. So, was sagt die Zeit? 13 Minuten. Ich werde wohl es so machen, dass ich... Ich habe kein Holz mehr. Keine Holz... Stimme. Und... Licht. Ich brauche Licht. Ich werde es so machen, dass ich so ungefähr 15 Minuten erstmal wieder nur aufnehme. Äh... Das reicht. Mehr gucken die Leute eh nicht. Äh... Am Stück. Oder spulen dann ein Stückchen nach vorn. Und in den meisten Fällen passiert sowieso nicht viel Spannendes. Und wenn, dann kann man das ja doch entsprechend zuschneiden. Nicht wahr? Gut. Es wird eh gerade... Dunkel. Also der Tag neigt sich dem Ende. Und deswegen... Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Holen uns nochmal ein bisschen... Halt. Bisschen Holz. Habe ich jetzt eigentlich ein paar Baumstämme hier noch irgendwo drin? Was ist denn das hier eigentlich? Dark Oak, Dark Oak. Äh... Da. Oakwood. Zwei Stacks. Vielleicht müssen wir dann oben nochmal ein bisschen was machen. Gut. Dann machen wir folgendes. Ich gehe jetzt mal hoch und gucke mir die ganze Sache an. Und mir fällt gerade ein, dass ich die Tastenkombination fürs Aufnehmen gar nicht mehr weiß. Wir stellen uns hier mal auf den Baum. Haben wir die bessere Sicht. Ah, perfekt. Wir haben hier eins, zwei, drei. Und dann hier oben noch eins drauf. Und dann kommt das Dach. Und dann denke ich doch, ist das von der Größe her hoch genug. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, der Tag neigt sich dem Ende. Wir sehen uns dann, wenn wir wieder aufgewacht sind. Ich sag tschüss und macht's gut bis dahin und bleibt so schön. Bye, bye.